Servus Leute und es geht weiter mit Let's Play Battlefield, dem Singleplayer bei der Mission Nachtsicht. Wir chillen gerade hier so schön im Ladescreen und warten auf das Verderben. Alter, schauen wir noch feindlichen Patrouillen und Fahrzeugen. Okay, ich kann gerade nicht so tief sprechen, aber ist auch egal, muss ja irgendwie den Ladescreen überbrücken. Ich könnte auch einen Cut reinschieben, aber nee, kein Bock. Was ich auch schon bemerkt habe, wenn ich mal eine Testaufnahme mache und dann es nochmal startet, dann lädt es viel schneller. Das brauchen wir am Anfang so lange zum Laden. Das ist auch, wenn ich ein Multiplayer spiele, am Anfang dauert es länger, dann hat es die ganzen Daten geladen und dann lädt es viel schneller. Das ist richtig krass. Ich weiß auch nicht, ich muss mal eine Einstellung, ich glaube, ich habe nämlich irgendwie mal auf Energiesparend gesetzt, nicht auf maximale Leistung. Das heißt, der PC benutzt nur so viel Leistung, wie er braucht. Das ist der Preis, den er bezahlen muss. Hübsches Bild, nicht wahr? Al-Bashir, auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg, Ihr Beweis ist weg, Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann bin ich? Als wir ihn verfolgt haben. Kemper und ich. Und es geht los. Ahem. 1-3 ist Bacher. Over. Verstanden. Dürfen wir uns snippen. Oh, cool. Warum zum Teufel füllen wir den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Okay. Ach, die Lichter da? Krass. Die meint sie wohl. Guter Schuss. Das ist ja auch so schwierig. Was? Okay. Hab ich ne... Ach, schade. Ich hab kein Zweibein. Noch zwei. Naja. Nicht getroffen. Komm schon, der muss jetzt sitzen. Ey. Das wackelt so, behindert nicht so. Jetzt. Der letzte. Schaffte. Nachladen. 1-4. LZ gesichert. Die dann auch? Nee. Es regnet so schön. Helikopter! Kann man ja abschießen. Was macht der da jetzt? Das ändert sich die Leute wieder ab. Wir schwingen hier so ein bisschen durch die Gegend. Das sollte jetzt Feuerdeckung geben, oder was? Naja. 1-4. Verkaufs-Romation in Flamante. Verstanden. Wechsel zu können. Acht auf den Flamante. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. 1-3. Macht die Straße für uns frei. Verstanden. Wir müssen für Sichtkontakt nach rechts. Tun wir das? In Position. Ich mag kaputte Gebäude. 1-4 sind in Position. Over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Was soll die schon sehen? Scheiße. 1-4. Warten. Feind voraus. Angreifen. Over. Orientiert. Wo denn? Sie tun geht nach rechts über der Straße. Das ist ein Rundsrauber. AK? Nicht wirklich. Tötten wir ihn. Bam. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP Bravo. Over. Verstanden. Da ist unsere Minderung. Oh. Okay. Jetzt dürfen wir uns abseilen. Steht hier oben links. E. Wir sehen uns unten. Natürlich. Los geht's. Komm schon. Boden erreicht. Sicher. Gehen wir. Pistole. Oh. Cool. Ist immer so nah. Runter. Die Messer muss bestimmt. Nicht angreifen. Warum? Nun zuerst. Ich heb dich drüber. Räuberleider. Niemand da. Und drüber. Hält von dem noch ein bisschen hoch, weil der es ja allein schafft. Okay. Warte. Ich habe etwas gesehen. Wo? Scheiße. Das ist ein Typ, der die Straße beobachtet. Ach, da oben. Uhu, hier drüben. Komm ja, ich ein Schalldämpfer, ja, ne? Ach, komm. Komm doch töten. Die auch. 4 gegen 2, ist doch fair. Schnell, bevor sie zurückkommen. Immer schön nach hinten gucken. Nicht, dass man plötzlich gemessert wird. Von der KI. Voll gern. Möchte ich ja gerne. Bestimmt guckt da gleich einer durchs Fenster durch. Schade, hier gibt es keine Fenster mehr, aber nur eins. Jetzt hätte ich meine Theorie beweisen können. Gehe, Missfit 1.3. Wir sind bei Treffpunkt Bravo. Verstanden. Wir warten in Wendinge. Zwei PN-Ausorgarten versperren den Weg. Schaltet sie aus. Over. Verstanden. Ebene in Deckung. Verstanden. Wo sind sie? In der Straße vor uns. 50 Meter rechts vom Van. Scheiße. Mach sie kalt. Schnell. Mach rechts im Van. Danke für diese Be... Be... Präzise... Beschreibung. Wunder Schuss. 1.4. Double Kill. Verstanden. Gehen jetzt los. Team Kill. Gib ihnen Deckung, während sie laufen. Ach, hier ist doch eh keiner. Und drin sind sie. Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. Hier lang. Wohin? Da runter oder was? Kann er doch auch gleich sagen. Das ist der schnellere Weg. Einfach runterspringen. Scheißen einfach mal drauf. Brauch schon Leitern. Springen nicht schon mal gut. Das fängt ja richtig an hier zu regnen. Meine Güte. Oh. Da fände ich hier Trucks und ich dachte, es fände ganz stark zu regnen. War da stärker zu regnen. Als wenn es nach mir gehen würde, würde ich ja die jetzt daraus balanzen. Oh, ich höre es schon. Oh, das waren zwei Geschritte. Ach ja. Hallo. Hinter dir. Dreh dich doch jetzt um. Dreh dich um. Hallo. Lol. Was war das jetzt? Lol. Wollt ihr mich verarschen? Was soll die Scheiße? Ich hab da gar nichts gemacht. Und wie gesagt, der hat sich auch nicht umgedreht. Okay, das gibt Rache. Ah, jetzt hat man einen Schatten gesehen. Ich erstich den jetzt. Nimm dein Messer. Okay, was muss ich machen? Gib mir eine Anweisung. Oh, bam. Tritt ihm die Waffe aus dem Meer. Stand. Diese muss ich ja gar nichts machen. Ja, komm, jetzt so aufzudrücken. Verrückter Mensch, du. Doch, schießen. Bam, sterb doch. Nichts darin. Ist ein Rambo. Wisschen sterb ich gleich wieder durch so ein... Durch Gottes Hand sterb ich gleich wieder. Bleib in meiner Nähe. Immer nur abhauen, ey. Fällt mir gar nicht. Ist das jetzt gesprengt, oder was? Dasselbeg. Danke. Du hast du das. Danke.